Und was jetzt kommt, meine Damen und Herren, das bringt mich ganz außer Rand und Band. Da sind doch glatt fünf Cremeschnittchen jetzt auf der Bühne. Lecker und die haben den Olympischen Triathlon des Karnevals erfunden. Flachte, tanze, knutsche. Unsere Startnummer 7, die Gruppe Hetzblatt mit dem Knutschle. Der Bitt, das hörf die ganze Nacht im Internet, er rüfft. Sieg Frau, die künzig, ja, und ach, auch mit mir auf, er schrägt. Da jädet, bei der Name, schenkt, die gännt sich da mit rüfft. Und schenkt den Bitt per Internet für Briefe in den Tuts. Jeder muss dann und wann jetzt wird se Knutsche an. Dann ist es schönste auf der ganze Welt. Darum kommt einig weit, dann wird man alle zwei wieder ins Knutschen, solange es uns gefällt. Der Bitt, der ist schlau. Watt war dat früher schön zu Haus mit singendollen Frau. Er nimmt sie hässlich in der Erd und zählt ihr leis ins Ohr. Ich mach mit dir, komm, löwet mir vom Internet in Kur. Jeder muss dann und wann, jetzt wird se Knutsche an. Dann ist es schönste auf der ganze Welt. Dann kommt einig weit, dann wird man alle zwei wieder ins Knutschen, solange es uns gefällt. Und die Moral von der Geschichte, die ist doch sondenklar. Vergiss nur ja die Liebe nicht, denn eines, das ist wahr. Und umgepasst, wir nehmen die Arme nach oben, haken uns rechts und links in den kleinen Finger des Nachbarn ein. Und dann ist es mitgemacht. Denn jeder muss dann und wann, jetzt wird se Knutsche an. Dann ist es schönste auf der ganze Welt. Ja, genau! Bitte um Auflösung, es wird spannend. Wer zieht ins Finale aus Mitgemacht nach Düsseldorf ein? Wir schauen auf die Grafik, ganz gespannt. Hier mit euch zusammen, mit den Klöss. Ganz gespannt, schaut ihr drauf, auf welchen Platz ihr gekommen seid. Ihr zieht weit nach vorne, weit nach vorne. Den zweiten Platz machen die Klöss. Den dritten, die Löhresse. Und die Nummer eins, Hetzplatz. Hetzplatz, die Nummer eins mit dem Knutschlied. Hetzplatz. Hetzplatz, die Nummer eins. Welch ein Jubel auf der Bühne. Schaut euch das an. Ja, aus Dürren, aus Erkelenz, aus Mönchengladbach. Das goldene Mikrofon, schnell, Marita. Wir hängen, wir hängen. Herzlichen Glückwunsch. Wir sehen uns wieder in Düsseldorf, meine Damen und Herren, in der bereits ausverkauften Philippshalle, bei der vierten Vorrunde nächste Woche und beim anschließenden großen Finale. Hier ist das Siegerlied, Hetzplatz. Und das Knutschlied, Marita, wo bist du? Tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Sieg'n Frau, die könnt' zäck' ja und da alt mit wie ob ihr schreu'n. Da jenet mit der Mordeschinn, die kennt sich da mit uns. Und schick' den Tweet per Internet, der Brief dir in den Fuß. Jeder muss dann und wann, jetzt wird's ne klutsche Hand. Da alle sind's schönste von der jenze Welt. Komm und komm bei mich. Mordeschön. Mordeschön. Vielen Dank.